Herzlich willkommen zu diesem Welt-Talk-Spezial vom G7-Gipfel im japanischen Hiroshima mit einem ganz besonderen Gast, Herr Bundeskanzler. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Guten Tag. US-Präsident Biden hat sein kategorisches Nein zu F-16-Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine überraschend aufgegeben und die Zusage gegeben, ukrainische Piloten auszubilden. Sie hatten die bisherigen Bedenken von Joe Biden lange geteilt, weil sie eine Eskalation mit Russland fürchteten. Haben Sie diese Sorge jetzt immer noch? Es geht jetzt um eine Entscheidung um Ausbildung von Piloten, die der amerikanische Präsident getroffen hat. Und das ist zunächst mal jetzt ein Signal auch an den russischen Präsidenten, dass er nicht hoffen soll, dass er einfach durch langes Abwarten und das lange Führen des Krieges sein Ziel erreichen kann. Sondern die klare Botschaft ist, Russland muss den Krieg beenden und Truppen zurückziehen. Was jetzt unmittelbar relevant ist, ist natürlich das, was wir alle vorbereitet haben, nämlich die Ukraine dabei zu unterstützen, dass sie sich verteidigen kann. Und das haben wir in Deutschland gemacht als das Land, das nun mittlerweile der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine ist in finanzieller, humanitärer Hinsicht, aber auch im Hinblick auf Waffenlieferung, mit den Entscheidungen der letzten Monate und jetzt auch ganz neu nochmal mit unserer jüngsten Ankündigung, was jetzt Lieferungen in diesem und auch im nächsten Jahr betrifft. Sie sagten gerade, diese Ausbildung der Piloten sei ein Signal Richtung Moskau. Das Signal ist offenbar angekommen. Der russische Vizeaußenminister hat erklärt, eine mögliche Lieferung von F-16 Jets könne, ich zitiere das, wörtlich kolossale Risiken nach sich ziehen. Wie ernst nehmen Sie solche Drohungen? Wir haben schon viele solcher Äußerungen gehört. Wichtig ist, dass wir immer das tun, was wir in der Vergangenheit auch gemacht haben und klar sind, wir handeln nur abgestimmt miteinander. Es gibt keine Alleingänge und wir sorgen dafür, dass es eben nicht zu einer Eskalation des Krieges kommt zwischen Russland und der NATO. Und das machen wir aber, während wir gleichzeitig nach besten Möglichkeiten die Ukraine bei ihrer Verteidigung unterstützen. Denn das darf nicht vergessen werden. Russland hat versucht, mit Waffengewalt sich einen großen Teil der Ukraine einzuverleiben. Das darf nicht gelingen, wegen des Friedens und der Sicherheit in der Welt, aber auch eben in Europa ganz konkret. Könnten Sie sich vorstellen, auch in Deutschland ukrainische Piloten auszubilden? Frankreich zum Beispiel hat das ja angekündigt, obwohl es gar nicht über F-16-Jets verfügt und sagt, die Systeme seien gar nicht so unterschiedlich. Frankreich zum Beispiel Zunächst mal ist es jetzt eine Entscheidung derjenigen, die überwiegend über solche Systeme verfügen. Und wir haben uns bisher sehr konzentriert auf die Dinge, die wir gemacht haben und bleiben aber natürlich Partner mit vielen anderen. Und das wird auch uns in der Zukunft begleiten. Die Ukraine akzeptiert ja, dass sie jetzt, solange der Krieg noch andauert, nicht NATO-Mitglied werden kann. Gleichzeitig fordert Präsident Selenskyj eine NATO-Mitgliedschaft für die Zeit, nachdem dieser Krieg irgendwann zu Ende ist, als Sicherheitsgarantie. Glauben Sie, dass die NATO dieses Signal auf ihrem Juli-Gipfel in Vilnius Richtung Ukraine senden wird? Zum Beispiel mit einer Roadmap? Jetzt geht es erstmal darum, die Ukraine weiter zu unterstützen. Und das ist eine Aufgabe, in der wir alle versammelt sind, bei dem, was sie jetzt machen muss, nämlich ihr Land zu verteidigen. Dass wir dann für die Zukunft über Sicherheitsgarantien sprechen, das ist natürlich klar. Und zu diesen Sicherheitsgarantien gehört die Frage, wie sehr wir in der Zukunft das Land mit Waffen unterstützen werden. Denn auf die Dauer hin wird es ja nur auf Waffen zurückgreifen können, die aus Produktion in Europa oder Nordamerika zum Beispiel stammen. Und das Zweite ist, dass wir dann auch sicherstellen müssen, dass man klar hat, wie die Sicherheitsgarantien auch wirken können in einer Nachkriegssituation. Nur sind wir da noch lange nicht und deshalb sollten wir uns auch auf das konzentrieren, was jetzt ansteht. Aber würden Sie denn theoretisch eine NATO-Mitgliedschaft unterstützen nach Kriegsende? Wir haben ja in Bukarest Entscheidungen getroffen, die eine Perspektive formuliert haben vor langer Zeit. Aber das ist immer eine Entscheidung gewesen, bei der allen sehr klar ist, dass das keine Sache ist, die in der nächsten absehbaren Zeit stattfinden wird. Auch deshalb, weil natürlich zu den Kriterien, die die NATO für sich formuliert, viele Bedingungen gehört, die die Ukraine aktuell gar nicht erfüllen kann. Das andere große Thema bei diesem G7-Gipfel war China. In Ihrer Abschlusserklärung warnen die G7-China, ich zitiere das wörtlich, vor Aktivitäten zur Militarisierung im asiatisch-pazifischen Raum. Sie haben noch viele Gespräche geführt. Wie groß ist Ihrer Ansicht nach jetzt die Gefahr eines chinesischen Angriffs auf Taiwan? Wir haben uns mit vielen Fragen beschäftigt. Zu denen gehört insbesondere ein ganz intensives Gespräch mit den Ländern in Afrika, in Südamerika, in vielen anderen asiatischen Ländern, um eine Welt zu schaffen, die multipolar ist und der auf Augenhöhe miteinander agiert wird. Und in diesem Zusammenhang spielt natürlich auch China eine Rolle, weil ganz klar ist, dass das ein Landwirt, das weiter wirtschaftlich wachsen wird, was man ja den Bürgern und Bürgern des Landes auch nur wünschen kann, denn viele leben da ja noch in sehr schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Aber wo auch klar ist, dass daraus eben keine Gefahr für die Sicherheit der Region entstehen darf. Und das ist etwas, worüber wir uns klar sind und was wir auch sehr präzise geäußert haben. Wie groß ist die Gefahr? Wir verfolgen im Hinblick auf China eine sogenannte Ein-China-Politik. So sieht das Taiwan, so sieht das das kommunistische China. Und dazu gehört aber auch, dass ganz klar ist, dass mit Waffengewalt keine Grenzen verschoben werden dürfen und kein Status quo geändert werden darf. Das ist schon lange, was wir sagen. Und darauf bestehen wir auch. Im Kreise der G7 gibt es ja durchaus schon Planspiele für einen Überfall Chinas auf Taiwan. Die USA etwa haben ja schon Militärhilfen verbindlich zugesagt für den Fall, dass das passieren sollte. Kann sich daraus ein Dritter Weltkrieg entwickeln? Es geht alles darum, dass das alles nicht passiert. Und deshalb sind wir ja auch sehr klar in den Äußerungen. Aber die Möglichkeiten müssen doch sein, immer darauf zu bestehen, dass unsere Welt nur dann friedlich sein kann, wenn Konflikte nicht mit Waffengewalt gelöst werden. Und darauf nochmal hinzuweisen, das ist ein sehr gutes Ergebnis dieses Zusammentreffens. Jetzt sprechen Sie gerade das Ergebnis des Zusammentreffens an. Es gibt in dieser Abschlusserklärung viele Mahnungen an China, etwa zum Thema Taiwan, aber auch Menschenrechte, Welthandel werden da angesprochen. Gleichzeitig wird der große Respekt vor China geäußert, vor der Größe und es werden gute Wünsche geäußert für die wirtschaftliche Entwicklung, wie Sie ja gerade auch gesagt haben. Glauben Sie, dass so eine Kritik, die mit Zuckerguss überzogen wird, wirklich eine Wirkung auf das Verhalten Pekings erzielen wird? Wir müssen klar sein in dem, was wir sagen. Die Welt, in der wir leben, wird sich ändern. Es wird viele Länder geben, die an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Vor der Phase der Industrialisierung, 200 Jahre, 250 Jahre zurück, haben Indien und China zum Beispiel 20 bis 30 Prozent des Weltsozialprodukts ausgemacht. Und die Welt normalisiert sich in dieser Hinsicht. Es wird bedeutende Länder im Südamerika, in Afrika und in Asien geben. Und für diese Welt ist eben klar, dass Wachstum möglich sein muss in vielen Ländern, aber dass das gleichzeitig eingebettet ist in eine multipolare Ordnung, in eine Ordnung der Zusammenarbeit, multilateral, wie wir das nennen, in der es eben nicht zu militärischen Konflikten gibt, in der nicht Macht, sondern Recht die Zusammenarbeit bestimmt. Und das ist dann ja zu aller Nutzen. Diesen Appell haben Sie formuliert in der Abschlusserklärung. In China kam das Ganze nicht so gut an. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums hat erklärt, die G7 diskreditieren und greifen China an. Folgt daraus jetzt ein Temperatursturz in den chinesischen Beziehungen zum Westen? Das sehe ich nicht. Sehen Sie nicht? Nein. Wie gehen Sie um mit solcher Kritik? Ich finde, das Wichtigste in den Beziehungen der Welt ist, dass man nicht herumdruckst und dass man sehr angemessen mit den Verhältnissen umgeht und sich auch dazu äußert, wie sie sind. Das haben wir hier gemacht und ich will das nochmal unterstreichen, dass hier auch betont worden ist, dass es nicht um die Coupling geht, also das Ausschluss von China aus den weltwirtschaftlichen Beziehungen darum, dass Länder, das sind ja fast alle, die hier versammelt sind, mit großen Investitionen auch in China dabei, dass das aufhört. Sondern es geht darum, dass man eine Weltordnung schafft, die friedlich ist. Und das ist etwas, was glaube ich wirklich notwendig ist und auch der Kurs ist, den wir weiter verfolgen sollten. Sie haben bei diesem G7-Gipfel viel Zeit mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden verbracht. In den USA gibt es eine große Debatte darüber, ob er möglicherweise zu alt ist, um noch für eine zweite Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Was denken Sie, wie haben Sie ihn erlebt? Ich habe ja nicht nur jetzt, sondern auch schon vorher oft und sehr ausführlich mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen. Das ist ein Mann, der sehr klare Vorstellungen hat und der sehr genau weiß, was los ist in seinem Land, aber auch in der Welt. Und dieses klare Urteil, das trägt auch seine Präsidentschaft. Zum Schluss ganz kurz noch eine persönliche Frage. Sie werden auf dieser Reise zum ersten Mal in Ihrer Funktion als Bundeskanzler von Ihrer Ehefrau Britta Ernst begleitet. Was bedeutet Ihnen das persönlich? Das ist sehr schön, auch weil wir dadurch viel Zeit miteinander haben, schon während der langen Flüge. Und das ist anders als zum Beispiel bei dem Gipfel, den wir in Deutschland hatten, wo meine Frau ja auch sich sehr engagiert hat. Nun sind wir Gäste, alle beide bei diesem Gipfel. Und für mich ist das sehr schön für uns beide. Ist das sehr schön. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.